Hallo liebe TEPCO-Freunde, hallo liebe Teppich-Freunde. Heute geht es um das Thema JAP-Anstütz-Handweb-Teppiche und ganz besonders um die Kollektion Light & Shade und Calma. So ihr Lieben, um euch das jetzt nochmal ganz kurz zu sagen, Handweb-Teppiche. Wir reden nicht von Taftigen, wir reden nicht von Knüpfen, nein, wir reden von gewebten Teppichen. Das ist so ein Terrain, auf dem JAP-Anstütz noch nicht so lange unterwegs ist, aber wie man das von JAP-Anstütz kennt, ist es so, wenn sie was machen, dann machen sie es natürlich wieder richtig und in manchen Teilen ein bisschen besser als andere. Und deshalb hat man die beiden Handwebstrukturen bzw. Kollektionen Light & Shade und Calma ins Leben gerufen. Teppiche, die auf Webstühlen gewebt werden, das Ganze wieder, wie man das auch von JAP-Anstütz kennt, mit angewalkten, angefilzten Wollen, also sehr feste Wollen, dadurch sehr strapazierfähig, kaum Flusen bei diesen Wollen, was man bei nicht gefilzten Wollen häufig hat. Und die Sensation, alle diese Teppiche, und ich möchte jetzt mal Folgendes tun, ich mache mal so ein paar Beispiele, will ich euch mal so in die Kamera zeigen, aber wir können das gleich auch nochmal im Detail machen und es wird auch nochmal Detailvideos dazu geben. Also wir haben hier wunderbare Strukturen, hier so eine kugelförmige Struktur, hier sehr, sehr cool gemacht. Seht ihr das? Ja, sehr schön. Auch unglaubliches Volumen, also wenn man das so in der Hand hat, unglaublich. Und dann haben wir nochmal hier so eine ganz, ganz feste, sehr noppige Struktur. Also tolle, tolle Sachen. Und da gibt es noch viel, viel mehr. Ich will euch die gar nicht alle zeigen, weil ich euch da nicht verrückt machen will. Also eine unglaublich tolle Kollektion. Was zu erwähnen wäre, was ich ganz wichtig finde, ist, hier wird bei fast allen Artikeln ohne Farbstoff gearbeitet. Das gibt, glaube ich, ein, zwei, da ist ein bisschen schwarz mit eingearbeitet worden. Aber die anderen Artikel sind wirklich aus reiner Naturwolle, keine Farbstoffe drin, was natürlich aus der Sicht der Nachhaltigkeit und dem gesamten Umweltaspekt sehr, sehr gut ist. Also ich finde es immer toll. Also ich habe zu Hause nur Teppiche ohne Farbstoffe. Ich mag sie persönlich auch. Gut, das muss jetzt nicht jeder machen und das ist auch nicht ein Todesurteil, wenn in einem Teppich Farbstoffe sind. Aber zu erwähnen ist es schon. Es gibt viele Menschen, für die das wichtig ist und es soll auch mal so gesagt sein. Ja, und dann haben wir, das waren jetzt mal so ein paar Strukturen aus der Qualität Calma. Und jetzt greife ich mal hier unten hin und sehe da, da gibt es dann auch nochmal ein Bündel mit unglaublichen Strukturen aus der Kollektion Light & Shade. Also unglaublich viele tolle Artikel, findet ihr alle bei uns im Shop. Könnt ihr dort in jedem Sondermaß bestellen und die werden dann speziell für euch gefertigt. Also wer bei dem Trend Handwebteppiche gerne mitmachen möchte und wer dabei nicht auf die Top-Qualität und den Namen Jab Anstütz in Sachen Teppichen verzichten will, hat jetzt hier eine sensationelle Alternative. Auch hier sei wieder gesagt, wir sind hier nicht im Billigpreisbereich, aber das will Jab Anstütz auch nicht. Wir sind hier im Qualitätsbereich. Wir sind hier wirklich bei Teppichen, wo ich sagen kann, mit meinen 40 Jahren Teppicherfahrung, die kaufst du einmal im Leben und die brauchst du eigentlich kein zweites Mal kaufen, wenn sie dir dein Leben lang gefallen. Also sie sind qualitativ schier unkaputtbar. Also tolle, tolle Artikel und immer wieder toll, was Jab Anstütz da macht. Und in diesem Sinne möchte ich an dieser Stelle auch mal sagen, vielen Dank an euch alle, die euch immer diese Videos anguckt, die Interesse an Teppichen habt. Es wäre schön, wenn ihr ein Abo dalassen würdet. Wir kriegen nicht so viele. Ich bin ja hier nicht Taylor Swift, sondern nur Oli P. Und von daher sieht das bei mir ein bisschen armselig aus. Aber wir freuen uns. Also wenn ihr es abonniert und wenn ihr uns so einen Daumen hoch da lasst, freuen wir uns sehr. Und ja, bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Bleibt gesund. Und wenn ihr noch Hilfe braucht und Fragen habt zu diesen fantastischen Artikeln, egal was, wir sind immer für euch da. Ihr wisst ja, von 9 bis 17 Uhr. Telefonnummer findet ihr auf unserer Homepage. Und wir freuen uns, wenn ihr euch meldet. Ruf lieber einmal mehr an als einmal zu wenig, wenn es um eine Beratung geht. Dafür stehen wir. Dafür ist TEPCO da. Und jetzt macht's gut. Ciao. Tschüss. Euer Oli. Euer Oli.